Es ist wieder Freitag und freitags bin ich wieder hier, um euch ein schönes Wochenende zu wünschen und zu dran erinnern, wenn du eine Haushaltsauflösung hast, passiert ja mal, bei Todesfall, bei Trennung oder sonst irgendwelchen Grund, frag doch einfach mal bei UMTL. Frag nach, was das kostet und die Arbeit brauchst du dir nicht selber machen.